Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Cryptid vor. Cryptid ist ein Spiel von den Autoren Hall Duncan und Ruth Rivers mit Illustrationen von Kwanchai Moraya. Es ist für drei bis fünf Spiele ab zehn Jahren, dauert circa 40 Minuten und bei Skellig Games erschienen. Eine Karte gibt den Spielaufbau vor. Außerdem erhält jeder Spieler ein Hinweisbuch. Welcher Hinweis bei dieser Partie relevant ist, gibt ebenfalls die Karte vor. Entsprechend des Hinweises müssen die Spieler jetzt zwei Durchgänge lang jeweils reihum- und abwechselnd ein Feld mit einem eigenen Würfel markieren, dass laut ihres Hinweises nicht der Aufenthaltsort des Kryptes sein kann. Würfel bedeutet immer, dass es dieser Ort laut des Hinweises dieses Spielers nicht ist. Scheiben bedeuten, dass es dieser Ort sein könnte. Die Spieler müssen immer wahrheitsgetreu markieren. Die Hinweise drehen sich um Geländetypen, Territorien und Bauwerke. Zum Beispiel könnte ein Hinweis sein, dass das gesuchte Feld ein Wald oder ein Sumpf ist. Oder im Umkreis von etwas Bestimmten liegt, etc. Auf der Rückseite der Hinweisbücher gibt es eine Übersicht über die Möglichkeiten. Ziel des Spiels ist es, schneller als dem Mitspieler den Aufenthaltsort des Kryptes herauszufinden. Ist man dran, so hat man die Wahl zwischen zwei Aktionen. Zum einen kann man einen Mitspieler befragen. Man setzt die Spielfigur auf ein Feld und fragt einen bestimmten Spieler, ob dort das Krypte sein könnte. Dieser markiert entsprechend seines Hinweises das Feld mit einem Würfel oder mit einer Scheibe. Ist es ein Würfel, so muss der Fragende ebenfalls einen Würfel auf ein Feld seiner Wahl setzen. Alternativ kann man einen Ort durchsuchen, indem man eine Scheibe auf ein Feld legt. Damit sagt man gleichzeitig an, dass es dieser Ort sein könnte. Die Mitspieler müssen nun reihum das Feld ebenfalls markieren, bis ein Spieler einen Würfel auf das Feld gesetzt hat. In diesem Fall muss der Durchsuchende wieder einen Würfel auf ein beliebiges Feld setzen. Setzen alle Spieler eine Scheibe auf das Feld, so ist das der Aufenthaltsort des Kryptit und der Spieler, der durchsucht hat, gewinnt das Spiel. Kryptit ist für mich so ein Deduktionsspiel in Reinform und ich muss sagen, ich liebe es. Also wer gerne kopflastige Spiele spielt, wo man sich viel, man kann gar nicht sagen merken muss, aber viele Informationen gleichzeitig im Kopf verarbeiten und so verketten, dass dabei eine sinnvolle Information rauskommt. Wer sowas mag, der wird dieses Spiel lieben und hier muss ich wirklich, wirklich die Leistung von den Autoren und vom Verlag herausheben, weil es ist wahnsinnig schwierig, es gibt so wahnsinnig viele Level oder eben Möglichkeiten, die Karte hinzulegen und es ist so schwierig, dass man das alles fehlerfrei hinkriegt. Die Karte hinlegen, diese Teile draus setzen. Jeder hat ja dieses Handbuch, wo hier fast 100 Hinweise drin sind und jedem den richtigen Hinweis zu geben, sodass nur eine einzige, eindeutige Lösung hier ist. Das ist wahnsinnig schwierig hinzubekommen und wir haben es oft gespielt und es war nicht ein Fehler drin. Und das ist Wahnsinn. Also das wurde wirklich, wirklich, wirklich gut redaktionell bearbeitet oder ich weiß nicht, ob das die Autorenleistung, eine Redaktionsleistung oder eine gemeinsame Leistung war. Auf jeden Fall. Das ist so gut hinbekommen worden. Wahnsinn. Also da war ich wirklich begeistert, dass das geschafft wurde und ganz, ganz großes Kino. Und das Spiel, es kommt so unscheinbar daher. Man denkt so, ja, so Landschaften habe ich schon so oft gesehen und ja, hier Materialien hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, also nur Klötze und Scheiben und auch hier, naja, so Dreiecke und diese Zylinder. Das war's. Und ja, also es ist unscheinbar, das Spiel. Aber es passt irgendwie zu dem, was man tut, weil das eben ja schon sehr mathematisch logisch ist. Und dazu passt das irgendwie von den Steinen und lenkt eben nicht ab. Und wer sowas einfach mag, wird Kryptet lieben. Also ich fand's genial. Man kann dieses Spiel nicht mit jedem spielen. Aber wenn man da eine Runde hat, die sowas mögen, dann war das bei uns so, wir konnten das den ganzen Abend spielen. Immer wieder. Und natürlich wird's immer schwieriger, weil man ja sozusagen noch das im Hinterkopf hat, was von der vorherigen Partie war. Und das muss man irgendwie wieder ausblenden. Der eine, der durfte da, der hatte irgendwas mit Wasser oder in der Nähe von Wasser. Und dann spielt man die nächste Partie. Dann muss man das vergessen, dass der in der Letzten was mit Wasser hatte und muss wieder neu überlegen. Und das ist wirklich gut. Wir hatten Mitspieler, die hätten sich gewünscht, dass man was aufschreiben darf. Also dass man zum Beispiel, man hat hier so eine Übersicht, was es alles für Hinweise gibt. Dass man praktisch so eine Art Liste hat, wo man dann so abhaken kann. Aber ich finde, das würde das Spiel tatsächlich dem viel nehmen. Weil es lebt davon, dass viel im Kopf passiert und man im Kopf kombiniert. Wenn man nur stumpfstinnig abhakt und das kann der nicht haben, das kann der nicht haben, das kann der nicht haben, dann ist es kein richtiges Spiel mehr. Also die spielerische Leistung ist tatsächlich, dass man sein Hirn bemüht und kombiniert. Deswegen finde ich es genau richtig, dass man eben nichts zu notieren hat. Weil man muss sich das nicht merken, aber man muss sich immer, also man kann es sich ja immer wieder neu herleiten. Aber wer das gerne mag, wirklich, also es ist ein tolles Spiel, was so unscheinbar daherkommt, was so harmlos neutral aussieht, aber eben so viel tolle Leistung drin steckt. Ich bin ganz begeistert. Also wirklich ein tolles, tolles Spiel auf einem Niveau, was ich so auch nicht kenne. Also so eine Art von Deduktion war mir unbekannt bisher und deswegen richtig cool. Und auch diese Spannung, wenn einer sagt, ich glaube, es ist dieses Feld und dann der Erste sagt ja und der Zweite sagt ja und der Dritte sagt ja und dann kommt der Vierte und sagt, äh, nö, bei mir. Für mich passt das nicht. Und alle so, ah, okay, ich habe noch eine Chance, aber drei, oh, da voll viele neue Hinweise bekommen und so. Also spannend von Anfang bis Ende, richtig gut, gefällt mir sehr, sehr gut dieses Spiel. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch hier einen guten Einblick in das Spiel geben. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal.